So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich habe wieder ein kleines Gewinnspiel für euch. Wie soll es daran das sein? Nein, das ist jetzt der große Abschluss, denn heute ist Dienstag. Morgen ab Mittwoch soll ja die Champ der Nostalgie Herausforderung beginnen. Und ihr habt das vielleicht alles mitbekommen. Gestern Abend war wieder Livestream am Montag. Chill mit Ramses Livestream. Der ging diesmal bis halb zwei oder so. Auf jeden Fall habe ich fünfeinhalb Stunden dann gestreamt. Normalerweise immer so drei. Da haben wir auf jeden Fall das letzte Pikachu, das Shiny Pikachu mit Mütze verlost. Diesmal das mit Locario Mütze. Und ich habe das ja jetzt die letzten Wochen immer so gemacht. Wir haben das mit Glurak Mütze verlost als Shiny. Wir haben das mit Nachthara Mütze verlost. Wir haben das mit Rayquaza Mütze verlost. Wir haben das mit Locario Mütze verlost. Immer direkt für die Nostalgie Woche, die anstand, dass ihr eine Woche die Nostalgie zockt und dann das entsprechende Pikachu der Woche gewinnen konntet. Jetzt sind die Wochen oben. Es gibt keine Nostalgie mehr in dem Sinne. Jetzt kommt am Mittwoch also die Champ der Nostalgie Herausforderung. Und auch wenn manche Leute jetzt eine Region verpasst haben und das vielleicht nicht spielen können, also sie kaufen sich's, habe ich mir gedacht, ich haue nochmal einen raus. Ich habe jede Woche also eins verlost. Jetzt machen wir das große Gewinnspiel zur Feier der Nostalgie. Ein richtiger Champ eben. Wir hauen einfach nochmal alle vier Shiny Pikachus mit Mütze raus. Wir werden die also dann nacheinander losen. Ihr schreibt also was rein. Und das Video, ihr kennt das ja, wie ihr mitmacht. Und wir werden dann erst das mit Glurak Mütze verlosen. Dann das mit Nachtara, Rayquaza und Locario. Ich haue nochmal vier Shiny Pikachus raus. Die gehen an euch. Wie immer natürlich die Auslosung dann im Stream am Montag nächste Woche. Gestern haben wir das gemacht. Heute das Video, damit ihr teilnehmen könnt. Und dann nächste Woche Montag die große Auslosung zur Champ der Nostalgie Herausforderung, wo ihr nochmal vier Shiny Pikachu gewinnen könnt. Um mitzumachen, müsst ihr natürlich das Video wie immer nicht teilen. Nicht liken, nicht mit 10.000 Freunden interagieren, markieren, sonst was. Keine Ahnung. Och Adi, zeigt doch mal ein bisschen mehr Begeisterung. Hier, der Adi ist schon wieder tot. Wie man das sieht. Einmal tot zum Mitnehmen bitte. Ich habe mir einen neuen Hashtag ausgedacht. Und der ist diesmal Ich will der Allerbeste sein. Fertig. Passend zu Pokémon. Ich will der Allerbeste sein. Das könnt ihr unten drunter packen. Und vielleicht habt ihr Glück, bekommt ein Shiny. Vielleicht habt ihr Glück, bekommt zwei Shinies. Vielleicht kriegt ihr sogar drei oder vier. Das wäre natürlich der Oberhammer. Also ihr müsst nur das Video kommentieren. Müsst einen Hashtag Ich will der Allerbeste sein. Drunter schreiben, wie genau ihr das schreiben müsst, blende ich natürlich hier immer ein, wenn ich das Wort erwähne. Und es zählen diesmal nur Kommentare, wo der Hashtag richtig ist und wo ihr Angaben macht, welches Pikachu ihr noch braucht. Oder ob ihr gar keins braucht. Oder ob ihr noch alle braucht. Oder ob ihr halt nur ein bestimmtes braucht. Denn ich blicke ja nicht durch. Nicht das einer. Der hat schon drei Stück mit Lucario-Mütze und würde dann noch ein viertes bekommen. Und er denkt sich, ach Mann, jetzt hätte ich am liebsten das andere bekommen. So kann es vielleicht sein, wenn sein Name fällt. Und gerade das dran ist, was er nicht hat. Dass er das auch kriegt. Und wenn es eben einer ist, der das schon hat, das wird dann eben einen anderen bestimmen. So, dass wirklich niemand doppelt und dreifach hier rausgeht und ihr die Chance auch anderen geben könnt. Ich bitte euch darum, seid so ehrlich. Macht ehrliche Angaben. Schreibt halt unten drunter, ähm, ich brauche, äh, Glurak und Nachtara-Mütze. Und dann packt ihr den Hashtag rein. Und dann, wenn es soweit ist und die verlost werden und ihr gezogen werdet, dann habt ihr das im Sack. Wenn ihr noch alle braucht, schreibt halt alle rein. Aber, äh, es ist euch selbst überlassen. Ihr könnt natürlich auch flungern und sagen, ihr braucht alle dabei. Habt ihr die schon? Und schreibt auf jeden Fall einen Kommentar. Macht am besten ehrliche Angaben. Und gebt den anderen auch eine Chance. Ihr habt gesehen, Zaki Zatziki hat das vorgemacht. Der wurde gelost. Der hätte das bekommen können. Er hat dann aber gesagt, er hat schon eins, ne. Und hat gesagt, ich soll einfach nochmal neu losen, nochmal neu ziehen. Das war wirklich genial von ihm. Also danke nochmal. Grüße gehen raus an Zaki Zatziki. Ich glaube, der Hashtag ist ja nun bekannt. Ihr kennt das Prozedere eigentlich zum, äh, zur Champ der Nostalgie Herausforderung. Nochmal ein abschließendes Gewinnspiel zur Feier dazu. Allem drum und dran. Das war es, glaube ich, von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und euer Adi, ne. Guck. Aua, mein Fuß. Adi. Dreh. Juuu. Jetzt macht doch nicht so ein dickes Gesicht. Tschüss. 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 Tschüss.